Guten Tag, mein Name ist Hubertus Schüttel. Ich bin bei der Firma Sauerburger im Vertrieb für Westdeutschland zuständig. Heute sind wir im Werk Wasenweiler und ich zeige Ihnen den GRIP 470. Der GRIP 470 ist mit einem 75 PS starken Kona Dieselmotor ausgestattet mit 2,5 Liter Hubraum. Das maximale Drehmoment beträgt 315 Newtonmeter. Das Fahrzeug ist serienmäßig mit drei Lenkungsarten ausgestattet. Die Frontlenkung, Allradlenkung und Hundeganglenkung. Optional kann auch die Driftlenkung ausgewählt werden. Der GRIP 470 ist nicht nur ein Hangschlepper, sondern ein vielseitig einsetzbarer Geräteträger, der das ganze Jahr eingesetzt werden kann. Dank der einzigartigen Wendigkeit, Übersicht und des geringen Eigengewichts ist er in der Berglandwirtschaft und der Landschaftspflege überall ganzjährig einsetzbar. Gerade bei Arbeiten auf sensiblen Untergründen wie an Deichen oder moorigen Böden hat das Fahrzeug seine großen Stärken. Wenn Sie mehr über unser Produkt erfahren wollen, schauen Sie auf unserer Webseite, kontaktieren Sie uns oder unsere Partnerhändler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017